Das ansprechende Design des Blade SR 2500 überzeugt ebenso wie sein durchdachtes und vielseitiges Montagesystem. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Halterungen kann der Infrarotheizstrahler an der Wand oder der Decke montiert werden. Zusätzlich sind eine edle Designwandhalterung sowie ein vielseitiges Teleskop-Stativ erhältlich. Über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung lassen sich die vier Heizstufen auf bis zu 2500 Watt Maximalleistung regulieren. Im 45- oder 90-Grad-Winkel arretierbar verfügt der Blade SR 2500 über einen Wirkungsbereich von bis zu 25 m². Der integrierte Umkippschutz schaltet den Infrarotheizstrahler bei Gefahr aus. Die IP55 Schutzart schützt den Blade SR 2500 vor Sand und Strahlwasser. Sein hochwertiges Gehäuse aus rostfreiem, witterungs- und kratzfestem Edelstahl macht den Heizstrahler von Veto zu einem langlebigen Qualitätsprodukt.